Meine Großmutter Meine Großmutter hat mir mal diesen Tipp gegeben. Wenn die Zeiten schwierig sind, gehe in kleinen Schritten weiter. Tu, was du tun musst, aber tu es langsam. Denk nicht an die Zukunft oder was morgen passieren kann. Reinige das Geschirr. Wisch den Staub ab. Schreib einen Brief. Koch Suppe. Siehst du das? Du gehst vorwärts. Schritt für Schritt. Mach einen Schritt und dann Pause. Ruhe dich aus. Schätze dich selbst. Mach den nächsten Schritt. Dann noch einen. Du wirst es kaum merken, aber deine Schritte werden länger werden. bis es so weit ist, wo du wieder an die Zukunft denken kannst, ohne zu weinen. RPG. siglo posed. und esIDE der Doppel gentez der enfermedet. Ich gebe cheese. acht rolls inside. Vielen Dank.